Ja, schauen wir uns mal den Aufbau einer E-Mail an. Hier als einfaches Beispiel, wie es in einem E-Mail-Programm aussehen kann. Schauen wir uns erst mal die Absenderadresse an. Also, wir haben hier max.muster.atweb.de. Alles zusammengeschrieben. Es gibt hier keine Leerzeichen. Es gibt auch keine Großbuchstaben. Man kann sie großschreiben. Die E-Mail käme dann auch an. Und die Reihenfolge der E-Mail-Adresse vorne steht praktisch, also vor diesem Ad-Zeichen hier, steht praktisch der Empfängername. Und dahinter ist die E-Mail-Domain, also der Web-Server plus die Länderkennung. Das Ad-Zeichen bekommst du, wenn du die Alt-Groß-Taste plus die Q-Taste drückst. Dann schauen wir mal weiter. Also, wir haben einmal die Funktion, irgendwo gibt es noch eine Schaltfläche mit senden und abrufen. Also, wenn man eine E-Mail entsprechend vorher formuliert hat oder wenn man neu abrufen möchte, gibt es einen entsprechenden Abruf-Button. Dann ein Feld von deiner E-Mail-Adresse, damit man auch erkennt, von welcher E-Mail-Adresse in diesem E-Mail-Programm aus die Mail weggeschickt wird. Und als nächstes folgt ein Feld mit der Empfänger-E-Mail-Adresse. Die ist vom Muster her genauso aufgebaut, also auch der Empfängername, Ad-Zeichen und die E-Mail-Domain und auch wieder ohne Leerzeichen. Dann, was jede E-Mail auch hat und wenn man das Feld freilässt, wird man sogar gefragt, ob man die E-Mail auch mit einem Betreff wegschicken möchte. Das Feld für den Betreff, das ist praktisch eine kurze Inhaltsangabe, um was es in dieser E-Mail gehen soll. Dann die Anrede, genauso wie beim Brief. Dann kommt der schwarzer Punkt, bedeutet, hier macht man einfach einen Zeilenabstand, indem man zweimal schaltet, dass hier eine Leerzeile entsteht. Dann kommt die eigentliche E-Mail-Nachricht, die kann natürlich mehrzeilig sein. Dann trennt man die Grußformel wieder mit einer Leerzeile ab vom Brieftext und zum Schluss kommt der E-Mail-Schluss. Einfach der Vorname, Nachname, dann die Kommunikationsangaben stehen in einem Extra-Block. Wenn jemand keinen Fax mehr hat, ist nicht schlimm, dann wird diese Zeile halt weggelassen. Also man hat dann ein Telefon, die E-Mail-Adresse, wo diese E-Mail herkommt, wird nochmal wiederholt. Und mit weiteren Leerzeilen kommt hier nochmal die postalische Adresse, ganz unten vermerkt. Okay. 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 Okay.